Wenn man sagt, ich bin Sprachwissenschaftlerin, stellen sich die meisten Leute vor, dass man irgend so was tut wie Grammatikenschreiben. Aber was mich interessiert in meiner Forschung ist etwas anderes und zwar mir nämlich die Frage zu stellen, ob es möglich ist, Wege zu finden, ein holistischeres Bild von Sprache zu finden, das auch einbezieht, Wissen über Sprache und Vorstellungen von dem, was Sprache sein könnte, das Leute anderswo haben. Es gibt kaum eine Möglichkeit, über afrikanische Sprachen zu reden, ohne europäische Konzepte mit ins Spiel zu bringen, die gleichzeitig wieder dafür sorgen, dass afrikanische Wissenssysteme marginalisiert werden. Aber das gehört untrennbar zusammen und ist ein Ergebnis einer Erfahrung von Kolonialismus und Globalisierung und, wenn Sie so wollen, von moderner und eben ihrer dunklen Seite. Ich muss versuchen, das als eine Erkenntnis zu nutzen, die mir dabei hilft, das Fach weiter zu transformieren. Untertitelung des ZDF, 2020